Hallo ihr Lieben, mein Name ist Trixie Gamsieger, ich bin 19 Jahre alt und heute zeige ich euch mal ganz kurz, wo meine kleine Erfolgsgeschichte begonnen hat und wie. Ich habe mich im Sommer bei Generale Race to Kitzbühel erfolgreich nach Kitzbühel gespielt, aber mein absolutes Highlight und größter Erfolg fand auch ganz anders statt. Ich habe mich am 18. September in Bruck an der Mur durch die Qualifikation der Turnierserie Team Set Match von Dominic Thiem gespielt und mir somit ein Ticket für die Finalspiele gesichert. Das Finale fand am 25. Oktober 2021 am Center Court der Erste Bank Open statt und wurde mein größter Erfolg in meinen ganzen Tennisjahren, da ich dieses Turnier für mich entschieden habe. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt und freue mich, dass ich dieses Jahr nominiert worden bin zur Wahl des Sportler oder der Sportlerin des Jahres 2021. Ich freue mich natürlich über jede einzelne Stimme, die der Meinung ist, ich hätte mir diesen Titel verdient und wer weiß, vielleicht feiere ich bald dank euch meinen nächsten Sieg. Na gut, ich gehe dann mal wieder zum nächsten Training. Bis bald!